Seit 1865 steht Ihnen Bestattung in Spohn in Bexbach im Trauerfall zur Seite. Ob kompetente Bestattungsvorsorgeberatung, die Organisation einer würdevollen Trauerfeier oder ein offenes Ohr in schwierigen Zeiten, unser einfühlsames Team ist Tag und Nacht für Sie erreichbar. In unserem eigenen Verabschiedungsraum haben Sie die Möglichkeit, ganz persönlich von Ihrem geliebten Menschen Abschied zu nehmen. Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da. Untertitelung des ZDF, 2020